Mental Power International Herzlich Willkommen beim Institut Mental Power. Mental Power International, Gary Woods. Hier an unserem Hauptsitz bilden wir unsere Mentalcoaches und Trainer aus. Zudem finden auch die Beratungen unserer Kunden statt und im Team entwickeln wir unsere Methode stetig weiter. Wir befinden uns hier in einem unserer Seminarräume direkt mit Blick auf den Zürichsee, wo wir unsere Mentalcoaches und Mentaltrainer ausbilden. Ich tue heute Dinge, die ich früher nur geträumt habe zu tun. Ich erlebe Sachen, die ich früher dachte, das schaffe ich nie oder das erreiche ich gar nicht oder das traue ich mich gar nicht. Ich setze viel mehr um und ich lebe immer mehr das Leben, das ich auch leben möchte und das mir sehr viel Zufriedenheit und Erfüllung bringt. Es findet sehr viel Persönlichkeitsentwicklung statt. Das heißt, du beschäftigst dich im Rahmen der Ausbildung sehr intensiv mit deinen eigenen Themen. Und für mich ist es immer so, ich vergleiche es mich mit einem kleinen Rucksack, den ich herumgetragen habe mit mir mit mehr oder weniger schweren Steinen. Und im Rahmen der Ausbildung ist es mir gelungen, diese Steine aufzulösen und auch meinen Weg zu finden, was ich wirklich machen will in meinem Leben. Ich versuche Dinge nicht mehr über den Verstand zu lösen, sondern über das Bauchgefühl, über die Intuition, die durch die Ausbildung gestärkt und gefördert wurde. Ich komme von der technischen Branche und Mental Power hat für mich so eine Struktur ins Geschehen gebracht, mit der ich mich jetzt auch traue zu arbeiten, die mir wirklich Sicherheit gibt und mir als technischen Menschen, ja, mir auch eben diese Struktur aufzeigt. Auf der einen Seite geht es um einen Persönlichkeitsprozess. Die Personen, die teilnehmen, finden mehr und mehr zu sich selber, zu ihrem eigenen Potenzial. Und auf der anderen Seite geht es darum, Menschen in Veränderungsprozessen zu begleiten, und zwar professionell mit der Hilfe der Intuition. Es geht hier ja auch um Ziele erreichen im Leben. Es hat für mich nichts mit Esoterik zu tun, sondern es hat für mich zu tun, ich stehe mit beiden Beinen auf der Erde. Ich habe meinen Alltag, ich habe meine Herausforderungen, die ich bewältigen möchte, wie jeder andere auch. Nur hilft mir Mentaltraining, da noch stärker zu werden und noch mehr meinen Weg zu verfolgen, authentisch zu sein und wirklich das umzusetzen, was ich gerne möchte. Es gibt Impulse, um in deinem eigenen Weg weiterzugehen. Um dich in deine eigene Persönlichkeit weiterzubringen, bestimmte Themen auch anzuschauen, wenn du bereit dafür bist. Ich habe in mich investiert, das kann mir keiner mehr nehmen, egal welche Krise kommt. Die Voraussetzung, um das Gelernte in der Ausbildung sofort im Alltag einsetzen zu können, ist eine praktikable, einfach zu erlernende Methode. Und die haben wir bei Mental Power. Und am Ende geht es ja nur darum, dass ich in meinem Leben einfach viel mehr in den Fluss des Lebens eintauchen kann und den Flow ausnutzen kann. Na, wie kann das denn? Na, wie kann das denn?